Alter, Patrick, wir müssen hier wegmachen. Nimm alles mit, was du jetzt willst, und dann gehen wir. Wir haben zwei 1911-Hexits. Äh, Leute, ich weiß echt nicht, wo ich bin. Das ist jetzt ein Problem. Ich bin jetzt aus dem Vorderausgang raus, Patrick. Okay. Was ist da? Ich bin zu dem Haus mit Graffiti. Hallo? Ja, dann disconnecte und connecte nochmal. Dann siehst du ja, wo du bist. Ja, Wilderless, aber ich sehe das nicht auf der Map. Ja, ich kann jetzt nicht wegschauen. Oder beziehungsweise doch, ich habe eine Ingame-Map, warte. Machst du bis jetzt aus dem Markt vorne raus und dann zu dem Graffiti-Haus? Ja, und dann nach rechts, zu dem Haus, wo man rein kann, wo wir gestern oder so eine Leiche gefunden haben. Tu mal nochmal neue Connecten. Irgendwo an Wasser, weil ich bin genau am Wasser. Das ist wahrscheinlich das Meer. Und wo bist du in dem Haus? Ganz oben, oder wo? Ja, da bin ich. Ich schaue jetzt mal kurz auf die Map. Wilderless. Ich stelle die Ingame-Map mal. Irgendwo am Wasser. Alter, Patrick, Patrick, pass mal ein bisschen auf mich auf. Ich bin gerade in der Map. Kann jetzt sein, dass ich auf einer Insel gespawnt bin oder so. Nein. Das wäre richtig schlecht. Nee, normalerweise aber nicht. What the fuck? Alter, wusstest du das? Du musst aus, du musst aus, du musst aus. Oh, okay, ich hab noch, ich hab noch, ich hab noch. Patrick, schieß nicht so viele Schüsse auf einmal. Ich denke dann immer, dass einer auf uns schießt. Und du verbrauchst halt deine Muni. Das ist um, dann probier die eben nur zu headshotten. Wie heißt das? Wilderness. Ähm. Finde ich echt gar nicht. Wo nimmst du als einen? Dann lass ich halt töten. Dann siehst du halt, wo du gehst. Ich kenn die, ich hab diesen Ort, Karlsruhe, erstmal gewählt. Ich suche jetzt einen Augenblick. Patrick, hier ist ein Rucksack für dich. Wilderness. Tut mal näher ran, weil dann sieht man die kleineren Gebiete ein bisschen mehr. Hier ist gerade Block für Block. Patrick, es ist ein Zombie im Haus. Geh mal, komm mal wieder ein, gehen. Oh, Mann. Ich schau schon, Patrick, danke. Alter, hab ich... Weil der das irgendwann war, so auf jeden Fall. Und wenn es nicht am Meer ist, dann muss es ziemlich groß sein. Ich bin rechts in einem Haus drin, äh, in einem, in einem Zimmer drin, Patrick. Ich dachte, ich will die Tür nicht zumachen, ey. Bob, ich lass mich einfach töten, ne? Ja, hab ich schon gesagt, mach doch. Nee, ich wollte halt gucken. Vielleicht bin ich halt ziemlich nah an dem See. Keine, dass du bei euch das bohren, da wo... Nee, ich finde es nicht. Patrick, ich lauf jetzt aus der Tür raus, nicht schießen. Vielleicht kann mir einer der Zuschauer später mal sagen, in den Comments, wo ich gespawnd bin. Ich hab nämlich keinen Plan. Alter, ich mach mich gut. Mal gucken, wenn ich hier zu Zombie... Ich lauf einfach mal dazu nach rechts. Nee, nach links. Warte, wo sehen... Hast du gerade geschossen? Ja, ich hab geschossen. Ich hab ein Zombie abgekauft. Patrick, hier ist noch M1-Magazin, glaube ich. Von mir. Ja, ja, M1-Magazin. Okay, kann ich nicht mehr wo du gehst. Hier, hier, weiter links, links, hinter dir. Da an der Treppe. Hallo, raus da. Rechts an der Treppe. What the fuck, Alter? Was macht denn der? Oh shit, wo bist du? Immer noch hier. Du schießt auch gerade, ne? Ich knall die Zombies ab. Ja, ich knall die Zombies ab, die hochkommen. Guck, jetzt hab ich einfach mal 4% gefressen. Das haben wir halt. Alter. Wie die Zombies auf den Sack gehen, war. Verpiss die... Alter. Was bringt eigentlich das Shamlight? Was? Das Shamlight. den Leiter an dieses Licht Romano schon so ist es nicht mehr was er schon der der Kugel kann ich jetzt am besten töten lassen ohne Zombie ja ich habe es immer mit Zombie gemacht wenn ich sterben wollte also ich finde hier kein Zombie ich renne einfach ein bisschen bis man entwindet was ist das alter ich bin hier irgendwo bei einer Brücke hier ist ein Fluss dann bist du wahrscheinlich in Czerno meine Brücke kenne ich nur aus Czerno irgendwie ganz kleine Brücke da ist aber kein Wasser mehr drunter ja das ist wahrscheinlich in Czerno alter meine Schulter tut voll weh Patrick hast du einen Painkiller? ja hier liegt nämlich noch einer ich habe wie viel Platz ich noch habe okay ich habe Hammer viel zu trinken nee in Czerno gibt es keinen Platz und ich habe nichts zu lassen okay ich gehe wieder runter ich habe wieder zwei Getränke ich bin nicht in Czerno ich bin nicht in Czerno ich bin nicht in Czerno weil es einfach auf der Straße nee das ist keine Brücke das ist denn das ist eine Brücke für Schieb Makarov Magazin verdammt brauchst du noch eine Pistole? ja ich habe Makarov ich brauche Makarov Magazin hier sind noch Streichhölzer hier sind noch Streichhölzer hochst du Matches? hier habe sie genommen Kosta in der Map welche was war wie war nochmal warte wie läuft die ich glaube ich war wirst du nicht also wirst du es ich sehe es nicht alle A2 sogar Hammer geil was hast du gefragt? ich guck jetzt wie die 8 Frames also die Bahn verläuft die äh die sch*** und von wo? weil ich guck überall an der Küste wo wo willst du? wo soll ich schauen wo die wie die Eisenbahn verläuft? ich schau wie die Bahn verläuft alter Hammer stressig gerade na man ich kann sagen dass es euch wahrscheinlich vielleicht gerade nicht so richtig Spaß macht uns so zu gucken ähm warum hast du die zweite Cola nicht mitgenommen drückt? kein Platz mehr richtig jetzt lass mal dein Typi das necken komm lass mal da hinlaufen welchen Typi? ja der wo dich jetzt neckt hat ja als ob er da noch ist ja lass uns mal gucken ja dann lass doch gleich hingehen ich weiß mal hier schauen was da drin ist weißt du was ich glaube jetzt einfach für Schienen dann komut entdeckt zu sein hier ist ein Winchester Money unter meiner Maus ist etwas und hier ist eine Straße direkt neben also also hier ist noch eine Watch ich ist wieder eine Macke auf oh shit habe ich ein Millimeter daneben geschossen der kommt raus pass auf Alter bist du rausgelaufen Patrick? ne wo bist du? aus dem Raum bin ich rausgelaufen ja lass mich wieder drin ok ich habe beide gekillt haben wir heute jetzt aufgeschlafen habt ihr den Tisch schon ausgegangen? und lass jetzt ich ne wir haben den noch nicht gefunden ich glaube das hier ist das Krankenhaus da sollten wir auch rein ich habe wegen der Humanity minus 1000 Alter was ist Humanity nochmal? also ich zeug ja noch Menschlichkeit ja das weiß ich aber was bringt das mir? weil hier sind keine Blood Packs was bringt mir das? ähm Humanity ist hier sind Blood Packs nimm die mal mit oder ne du hast keinen Platz mehr Kamehka steht da an einem Schild lass ich nimm die mit Joka wie viel Blut hast du noch Patrick? wie viel Blut hast du noch? äh halb halb ok dann gebe ich dir eine Bluttransfusion gleich ja Leute das sieht man einfach das war eigentlich in Daysets fast alleine nicht ich weiß wo ich bin wo? äh ganz links wo lol diesen 10 Bandanschen äh Kamehka bin ich ganz links von Czerno fast ich bin ganz links auf der Map lol ok in der letzten Stadt links ja dann kannst du ja versuchen mal nach Czerno zu gehen und dort mal ein paar Sachen mitnehmen ja ja seh die alle ich lass mich da jetzt tun warum denn? weil ich hab Bock bis nach Czerno zu laufen und dann wieder nach Alter das sind sowieso verfehlt so ein bisschen ich lass mich jetzt töten Patrick komm mal her und wenn? hast du einen Platz frei in deinem Inventer? ja dann warte äh ich gebe dir jetzt erst meine Bluttransfusion bewege dich nicht Leute treffen mich nicht ok jetzt schlärmen sie auf mich ein und nicht einfach mal Fettschips ok jetzt hab ich schon wieder ein besseres Bild und jetzt komm mal hier und nimm mal hier so ein Bloodpack auf und mach bei mir auch eine Transfusion gut nein da auf dem Beratung da hinten Morphin Auto Injektor da hast du Morphine da hast du Morphine ja ich hab Morphine aber nimm du jetzt erst mal ein Bloodpack ja schlärmen nimm was denn denn der Makkaroff bei dir im Rucksack ja mhm die würde ich sagen holen wir mal eine Ausnahmepause gleich ne warte mal dann drühe wo ich die Spawn bin und dann kümmer Ich bin jetzt in Drakon gespawnt. Ich bin jetzt in Drakon. Ja, dann lauf nach. Jetzt haben die dich gesehen. Leute, das ist kein Eckhaus. Das ist die Kirche. Das ist die Kirche. Ich weiß, wo das Eckhaus ist. Was wohl gekillt worden wird? Nee, wo vor. Du, du. Nee, vor wohl gekillt. Nee, du. Ich weiß, wo das Eckhaus ist. Warte mal, dahinter ist doch der Typ dahinter gekillt, dass du dahinter gehst. Ich höre meine Leiche. Hier ist ganz vorsichtig. Wenn der Typ hier drin noch ist, killen wir den. Äh, ganz kurz, Kostler. Ihr habt meine Sachen komplett aufgeräumt, gell? Also alles gut. Ja, also das, was wir halt mitnehmen konnten und was. Das ist meine Leiche. Beispiel Map, Uhr oder sowas. Äh, ne, Map hatte ich gar nicht. Eine Uhr hatte ich. Der ist da nicht, oder? Irgendwo. Vielleicht hier liegen zwei leeren, fehlt Patrick. Wer hat jetzt meine Macke drauf? Hol mal die Muni. Patrick hat sie mitgenommen. Geh mal dein Leerenfield Muni holen, Patrick. Ist hier rechts drin. Boah, wie hier nichts zu essen ist, Alter. Patrick, hier ist Muni für deine... Meine Hand steckt in der Packung fest. Okay. Jetzt ich will. Für deine Pistole ist da Muni. Okay. Patrick, hast du gehört? Was? Hier ist Muni für deine Makarov. Äh, für deine M1. So, ich bring euch ein Geschenk mit. Ist das der Typ? Ja. Das bin ich. Hier. Das ist Punkt 45, musst du aufnehmen. Wo, wo seid ihr? Das kannst du dann zu M1 verarbeiten. Wir sind im Eckhaus, wo ich getötet wurde. Ich bring euch Geschenke mit. Ganz viele Zombies sagst du? Ne, zwei. Hier ist nochmal Muni für dich, Patrick. Wenn der Zweite jetzt mitkommt. Loll, wie hat der uns jetzt gesehen? Hier, wo ich eingeschaut hab. Hier, wo ich eingeschaut hab. Jupp, ich bring euch einen mit. Wir haben grad selber welche am Hals. Oh. Alter. Patrick, renn, renn, renn. Da rein. Nicht geschlagen werden lassen. Ja, nicht geschlagen werden lassen. Ja, nicht geschlagen werden lassen. Die zwei hab ich gekillt. Nicht mit der Lehrenfeld, Patrick. Die macht zu viel Geräusch. Die lockt alle Zombies an. Oh. 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 Wenn fertig bin. Hang mal vor. Oh. Alter Patrick, du hast mir fast wieder vor allem gelaufen. Oh, damit hast du eh auch Oops mehr gedacht. Oh like ich hab. Ja, ne, nachladen muss ich nur. Oh. Oh ja, wo seid ihr jetzt? Hi, jegheitlich einС. wir sind jetzt gerade da wo Kostauer vorhin auf die Fresse gekommen hat immer noch also da ist die Kirche lass uns mal dahin gehen wo du wo du vorhin den Typ umgebracht hast warte mal da ist die Kirche retten wir uns bei der Kirche, weil ich hab ziemlich viel Kundschaft du mit deinem Essen, Alter du bist nur am Essen, du bist nur am Essen ein Mensch oder ein Zombie Mensch! wo? Survivor, Dominik 1 heißt der der läuft Richtung der Strand von der Kirche direkt wo dann snacken wir jetzt, komm ich läuft dir hinterher das snacken wir jetzt echt, Alter ich hab meine MVA 1 raus was, von der Kirche Richtung Strand? ja, ich läuft dir hinterher, jetzt ist er in dieser Deistotion eine ganz kleine verlassene Stadt da sind so ein paar Straßen wo kommst du? ja, ich schau erstmal noch kurz in der Kirche rein der läuft jetzt Richtung, äh, Richtung Trakon wieder Trakon, Trakon in welcher Richtung du musst? in der Kirche ist Moni für dich ja, nimm dir einfach mit ich kann nichts mitnehmen da ist doch Kostauer, da ist doch so kurz vor dem Strand so ein kleines Dorf ja und dann führt ein Feldweg nach links Richtung Trakon ja egal, scheiß auf den Typen einfach kommen wir mal wieder zurück er hat wahrscheinlich eh nix aber was ich nehmen kann also warum hat er dich hier nicht abgeknallt? weil er sieht, dass ich nichts habe ok, der Typ hat was zu essen was, er ist den Feldweg da hochgelaufen wo dritteln wir? ja, den Feldweg denn doch! da seid ihr seid ihr das? ich bin nicht bei Patrick ja, Patrick, komm mit, komm mit einfach ich sehe ich doch gar nicht doch, auf den Feldweg oben da, hinter dir ok und jetzt noch kommt boah, wie der muss stehen bleiben, muss man die Waffe wechseln, war hoffentlich ist er noch hier irgendwo das ist wahrscheinlich weitergerannt na, vielleicht kann der Papa immer Kostauer MP und heute ist er und könnte sich das denken aber scheint es ein bisschen zu dritt ja, genau ja, genau vor allem, leider weiß, wie viele ESB seht bei uns ich sehe das doch mal ja? ich sehe das doch mal ja ja warte, warst eh jemanden rennen sehen